Hi Max, ey! Lange nicht mehr gesehen, was geht ab? Hey Alphons, läuft bei mir. Hab gerade die Scheibe von Lemoto am Ohr. Äh, Lemoto? Könnte ich nicht. Echt nicht? Die sind voll Hammer. Hör mal rein. Boah, ey, sind die geil, Mensch. Und weißt du was? Die spielen das ja auf dem Woodstock. Ach, Mann. Wann? Die sind open am Freitag, 15.30 Uhr, auf der Hauptbühne. Ah, Knalle! Ja, also rechtzeitig raus aus dem Zelt und hin. Ja, auf jeden, Mensch. Da sehen wir uns, ha? Na dann, servus!